Ihr wollt wissen, warum ich Streit mit Mois hatte? Ich hatte Streit mit Mois, ne? Ich hatte Streit mit Mois, weil ich wieder mit Sinan gestreamt habe. Weil Mois sich abgefuckt hat, ja der ist doch bei mir eingebrochen, wie kannst du mit dem chillen? Ja, aber ich kenn Sinan 20 Jahre. Ja ne, der hat grad einfach exposed. So, ich kenn Sinan 20 Jahre. Alter. Alter, Allah weiß, ich weiß und er weiß, ne? Dass ich ihm in sein Gesicht gesagt habe, ich meine so, was du gemacht hast mit Mois ist falsch. Nur zum alle blamiert. Das ist das, was ich gesagt habe. Dazu hat Sinan aber auch eine anscheinend gut plausible Erklärung. Und wie ich auch nachher in diversen Chatverläufen gesehen habe, scheint das wohl irgendwie gerechtfertigt zu sein. Okay? Was da passiert ist. So, auf irgendeine skurrile, dumme Art und Weise auch immer.